Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn man das ohne Programm übt, also nur mit Luftfahrer, kann man so ein bisschen kaputt gehen. Ja, aber das kommt so oder so. Also ich mach auch, wie gesagt, ich mach heute auch einen Kupfer-Träger. Jetzt machen wir mal, jetzt gehen wir mal ganz schnell um die Achse weg. Es steigt da immer noch der Ball weiter. Das kann man auf die Achse weg, das ist sehr einfach. Jetzt machen wir mal ein Looping hier. Und jetzt geht's jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Es gab verschiedene Leute, die gerne sowas hätten, aber die wollen nicht alles komplett haben. Also dein Programm und das Ding kannst du sofort loswerden. Nur ohne Monitor und den Amiga. Also den Amiga und den Fugler, den Monitor, den wollen wir alle nehmen. Aber das Programm selber... Das ist ja ein schönes... Wenn die das so einfach machen würden, dann würden die ja nur noch 5 Exemplare in Deutschland verkaufen. Da macht sich einer einen riesen... 1. 1. 2. 2. 1. 3. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 5. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.